Sind Sie politisch? Ich bin nicht politisch. Sind Sie rechts oder links? Ganz ehrlich, darüber will ich gar nicht nachdenken. Das ist so ein Schubladendenken. Das brauche ich tatsächlich nicht. Ich würde mich jetzt weder als besonders weit rechts noch als besonders weit links sehen. Sind Sie schon mal jemandem, der homosexuell ist, in einer Verbindung begegnet? Das weiß ich nicht, weil ich danach nicht frage. Tatsächlich, das spielt einfach keine Rolle. Ich gehe davon aus. Also ein bisschen wie in der Fußball-Bundesliga. Ja, richtig. Man spricht nicht drüber. Das würde ich auch nicht sagen.